Hallo und herzlich willkommen YouTube hier bei eurem Pokéhomes auf der Suche nach allen Pokémon. Ja, heute habe ich wieder ein tolles Video am Start. Wir machen ein Battle, ein Booster-Battle, ja. Ich habe mir was ganz Tolles einfallen lassen. Heute treten 12 Booster von Astral Galanz gegen 12 Booster von Fusion an. Popa! Genau, richtig nice. Bin schon richtig gehypt drauf. Mal gucken, welche Booster-Serie im Schnitt besser ist. Fusion oder Astral Glanz werden wir jetzt alle zusammen herausfinden. Ich möchte mich auch noch mal ganz kurz bedanken bei euch, bei allen Pokéhomes Akademie, Freunden, Abonnenten vom Kanal. Ihr seid alle großartig, ja. Props gehen auf jeden Fall raus. Und ja, die Videos werden fleißig geklickt. Abonnenten gibt es auch dazu. Macht mich alles sehr glücklich und ich bedanke mich natürlich für jeden Support. Vergesst nicht, der Pokéhomes. Ich werde auf jeden Kommentar antworten und jeder bekommt Fragen beantwortet. So, jetzt geht es aber hier zu dem Video, zu den geilen Boostern. Ich habe mal 12 Astral Glanz gekauft und 12 Fusion. Und dann schauen wir mal. Ich habe auch jetzt die Kamera neu im Pro-Modus. Nehme ich das jetzt hier auf, weil die Kamera, also mein Handy hat ja so eine Art Pro-Modus. Gucken wir mal, ob das toll ist oder nicht. Also ich sehe mal, das sieht alles ganz scharf aus. Schauen wir mal, wie das so im Video rüberkommt. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Pro-Modus haltet, ob ihr das besser findet oder nicht. Aber jetzt sollte eigentlich alles sehr, sehr scharf sein. Gut, dann schauen wir mal. Also wir haben 12 Mal Astral Glanz. Schaut euch das an hier, dieses schönen Booster. Wundervoll. Also 12 Mal Astral Glanz und 12 Mal Fusion. Ich habe ja persönlich von Fusion nicht viel aufgemacht. Ich habe es ja eigentlich quasi geskippt, um für das 25-Jährige zu sparen. Aber Fusion auch ein richtig, richtig tolles Set. Und wir legen erstmal direkt los. Wir haben jetzt ja auch von fast die 150 Abonnenten. Da kommt ja das nächste Special. Ja, nicht verpassen auf jeden Fall. Da werden auch wieder Karten verlost. Also geht richtig ab. Bin auch schon mega gespannt. Ich habe mir auch schon wieder was Neues einfallen lassen für das nächste Special. Ja, ich gucke auch mal schnell. Webcam ist wieder nicht am Abkacken. Das letzte Mal war ja der Knaller, ey. Da muss der hier, ein wildes Missing Number ist aufgetaucht. Wollte mal ein bisschen mit mir hier battlen. Ich konnte es dann hoffe ich auch fangen, sodass es jetzt nicht wieder im Video auftaucht, in der Webcam. Und da machen wir direkt weiter mit dem Opening. Oder legen quasi los. Also Fusion gegen Astral Glanz. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare Predictions schreiben. Was ihr denkt, welche Booster-Serie hier am geilsten ist. Oder die besseren Hits hat. Ich fange jetzt mal an mit Astral Glanz. So, schauen wir mal. Wir schneiden mal wie immer auf. Da gehen die Karten am einfachsten raus. Und weil, wie gesagt, mein Spielwarenladen, der klebt die immer hier hinten so zu. Und da ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir die mal auf. So, und schauen wir mal, was wir da Schönes und Feines ziehen. Oh mein Gott, ich habe schon was gesehen. Oh mein Gott. Also für euch einmal der Online-Code, bitteschön. Angenommen, mitgenommen. Wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Glück. So, jetzt pullen wir mal was. Kommt schon. Direkt erster Booster. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt. Astral Glanz, auch einer meiner Lieblings-Sets dieses Jahr. Wir laufen jetzt ja auch quasi auf den finalen Countdown von Schwert und Schild drauf zu. Ich glaube, Astral Glanz, jetzt kommt ja Pokémon Go. Und die neuen Pokémon-Spiele, die neue Generation steht ja schon in den Startlöchern. Karmesin und Purpur. Und das war es dann auch mit Schwert und Schild, ja. Fand ich, war ein tolles Set, tolle Ära. Werd ich auch nochmal ein Special-Video zu machen. Wir gehen ja auch jetzt auf die 10.000 Klicks. Ja, der Kanal hat fast 10.000 Klicks. Hammer nice. Vielen, vielen Dank für euren Support. Freut mich natürlich, wenn euch die Videos gefallen. So, wir legen los mit der Stahl-Energie. Gefolgt, oh, direkt von Magneton. Stahl und Stahl. Dann haben wir einmal ein Pokémon-Trainer-Karte-Tracking-Schuhe. Einmal ein Cesirio. Ein Yanmar. Ein Chamian. Ein Fiffien. Ein Hisui-Barshoft. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, Hisui ist richtig. So, was schauen wir mal? Hisui-Baldorfisch. Wir haben... Wir haben... Wieso? Was soll das denn? Wir haben schimmerndes Koronospa... ...V-Max Gold. Und einmal Holo-Toggekiss. Aber verkehrt herum im Booster. Wie geht das denn? Ach du Scheiße. Wie geil ist das denn? Gebt euch das mal. Meine erste übrigens... ...schwarze Gold-Glitzer-Karte. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Aber... Hammer nice. Finde ich gut. Kann man mal machen. Ja. Schimmelreiter-Kronospa-V-Max Gold. Ich musste es mir auch gerade mal hier selber anschauen. Guck mal in der Webcam. Hammer nice. Ah. Ach ja. Hier. Wir haben mal wieder hier. Voll geil. Nice. Aber die Oberfläche ist nicht... Doch. Ist so... Ist so... Geriffelt. Ist doch geriffelt. Nice. Der erste dicke, dicke Pull hier aus Astral-Glanz. Und noch ne Holo. Das muss jetzt erstmal geschlagen werden von Fusion. Hammer fett. Geil. Finde ich gut. Können wir eigentlich auch direkt Sleeven. Weil wertvolle Karten... Hits... Kann man direkt in den Sleeve packen. Ich weiß gar nicht, ob die auch was wert sind. Ähm. Astral-Glanz. Ich habe die Preise gar nicht mehr im Kopf. Ähm. Ich sammle ja eh die Karten nicht des Wertes. Sondern weil ich die Karten haben möchte. Ich bin ja auf der Suche nach allen Pokémon. Ja. So. Schauen wir mal. Also wir haben einmal Kronospa hier. Dicken Hit. Und ähm. Togekiss Holo. Aber krass, dass die Karte auch verkehrt herum drin lag. Oh je. So. Schauen wir mal. Jetzt kommt das erste Fusion. Also ich würde es erstmal sagen 1 zu 0 für Astral-Glanz. Ja. Dicker, dicker Pull. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? So. Fusion. Wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Bitteschön. Ich hoffe nicht, dass das Bild flackert. Ich sehe gerade, dass es flackert. Ich hoffe nicht, dass man das in der Aufnahme sieht. So. Weil dann werde ich nämlich jetzt den Fokus nicht auf Automat. Ah ok, jetzt ist er auf Automatisch. Ok, davor war er nicht auf Automatisch. Jetzt ist er auf Auto. Jetzt sollte es besser gehen. Ja. Perfekt. Also wir haben einmal die Psycho-Energie. Gefolgt von Galaflampavian. Legios. Einmal VG Cheetah. Was schaust du? Meine Freundin ist ja wie immer fleißig Tonfrau und Webcamfrau. Er drückt ja immer auf Play, damit ich die Videos besser synchronisieren kann. Hast du einen Preis? Zeig mal schnell dein Handy. Preis. Wie sieht es aus? Zeig mal her. Ja. 4 Euro. 4 Euro. Ist auf jeden Fall ein dicker Pull. So. Jetzt gucken wir mal. Also wir haben einmal Scheinux. Dann haben wir einen Schnuthelm. Ein Rotomurf. Ein Skoppel. Wundervolles Artwork. Ein Hydropi. Ein Reverse-Holo Schneckmark. Und was ziehen wir? Oh, es sieht auch nach. Wie? Wie? Ja. Dodri-V. Base Set. Dodri-V. Also. Und eine Reverse-Holo würde ich auf jeden Fall sagen. Definitiv 1-0 für Astral Glanz. So. Dann machen wir mal die Karten weg. So. Also 1-0. Definitiv für Astral Glanz. So. Schneiden wir hier mal weiter fleißig auf. Oder. Weil. Ich kann auch mal probieren. Ob ich sie aufgerissen kriege. Na gut. Es geht doch. Ich sehe schon wieder Baldor-Fisch. Oh je. Aber die Hit-Rate in Astral Glanz. Die ist auch wirklich super. So. Einmal für euch der Online-Code. Bitteschön. Wünsche euch ganz, ganz viel Glück. So. Kartentrick. Dann geht's weiter. Wir haben einmal Unlicht. Dann haben wir einmal Bronzong. Die Pokémon-Trainer-Karte. Sehr effektive Brille. Dann einmal. Ui. Hier ist die Elektro-Ball. Habe ich auch noch gar nicht. Hammer nice für mein Set. Dann wieder Baldor-Fisch. Ein süßes kleines Feuerriegel. Tronupto. Auch wenn wir natürlich Goldstar-Tronupto ziehen würden. Rainbow. Wäre natürlich richtig, richtig nice. Tronupto auch eigentlich eins meiner Lieblingsfeuer-Pokémon. Nach Glurak. Hammer fett. So. Wir haben Hippopotas. Dann haben wir einmal Kleptifuchs. Ein Lilliminip. Ein Reverse-Holo-Kirlia. Und was haben wir? Eine V-Karte. Hisui-Dreselia. Haben wir in dem einen Opening von Astral Glanz. Haben wir schon gezogen. Hisui-Dreselia. V-Alternatives Artwork. Okay. Also haben wir eine Reverse-Holo. Und eine V. Ist auf jeden Fall schon mal gar nicht mal schlecht. Jetzt gucken wir mal vielleicht. Aber ihr seht ja schon. Es ist ein bisschen stressig die aufzureißen. Deswegen. Die Schere ist glaube ich doch das bessere. Die bessere Option. So. Schauen wir mal. Ach Gott. Ist natürlich hier beim Poco-Homes genauso warm wie bei euch wahrscheinlich in der Wohnung. Also der Sommer ist angekommen. So. Einbefeuchter Online-Code. Bitteschön. Schauen wir mal was wir jetzt ziehen. Dann haben wir einmal Unlicht. Dann die Pokémon Trainerkarte. Sana. Dann haben wir einmal ein Razav. Auch Stein-Typus. Auch Base-Set mit Menki. Die Entwicklung aus Menki. Eine Sudo-Cheetah. Etwas neu. Ein Haspiror. Die Vorentwicklung von Schlappohr. Ein Barschuft. Wasser-Pokémon. Natürlich wie immer Doppelschwäche Elektro. Dann haben wir ein Mabula. Oh süß. Richtig schönes gehäkeltes Artwork. Haben wir nice. So. Dann haben wir ein Menki. Ach schaut mal hier. Ein Einbooster. Razav und Menki. Gerade wenn man hier von Menki geredet. Schaut mal. Richtig nice. So. Was haben wir denn noch? Wir haben ein Glee-Bunkel. Ein Reverse-Holo-Tohaido. Und jetzt geht es um die letzte Karte. Ist da ein Hit drinnen? Da ist was richtig krasses glaube ich bei. Oder? Ne. Wie? Wie? Gengar. Wie? Nice. Hammerfett. Gengar. Wie? Gengar auch ein wunderwundervolles Pokémon. Erste Generation. Beziehungsweise Fossil-Set. Nice. Gengar. Finde ich nice. Okay. Also wie und Reverse-Holo. Ich würde sagen es steht 2 zu 1 für Astral Glanz. Wobei da können wir sagen kriegen die 1 Punkt 0. Hier gibt es einen Punkt und hier gibt es auch einen Punkt. Also 2 zu 1 für Astral Glanz. Schauen wir mal weiter. Wenn euch bis dahin das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich habe wie immer gesehen, die meisten meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Es ist absolut kostenlos den YouTube Kanal zu abonnieren. Also scheut euch nicht, drückt den Abo-Button und lasst ein bisschen Liebe da. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support, wenn der Kanal wächst. So, schauen wir. Wir haben ja einmal jetzt Astral Glanz, der dritte Booster. Einmal der Online-Code für euch. Bitteschön. So, und dann geht es weiter. Aber auch wieder die Booster. Absolut crazy. Hier am Start. Jeder Booster quasi fast ein Hit. So, wir haben hier Feuerenergie. Wir haben einmal die Pokémon-Trainerkarte neutralisierendes Parfüm. Einmal Kirelia. Dann mal Belilal. Dann die Trainerkarte. Ein Zierpurzel. Ein Hut-Hut. Ganz süß mit einem Kumpel auf dem Ast, der eine schläft. So, dann haben wir hier sie. Voltoball. Einmal mantags. Ein Teddy-Ursa. Und Reverse-Holo-Kaifel. Okay, jetzt kann noch die letzte Karte kann Astral Glanz hier retten. Und ein Holo-Boltoros. Joa, also eine Holo und eine Reverse-Holo. So, ist doch auch nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Nächste Booster hier. Zack, zack. Ops. So. Oh, ich sehe schon. Ein schön süßes Wulpix. So, schaut mal einmal für euch der Online-Code. Bitte sehr. So. Dann einmal die Pflanzen-Energie oder Blatt-Energie. Dann haben wir einmal ein Kost-Tour. Einmal die Trainerkarte Skater-Park. Oh, ich bin früher auch immer gerne geskatet. Dann haben wir einmal Schlappohr. Die Weiterentwicklung von Skopel. Nein, nein, von Haspiror. Wieder von Skopel. Oh Gott. Wo kommt es schon wieder verwirrt am Start hier? Absolut lost. Hehehe. So, wir haben einmal ein Vulpix. Dann haben wir Shanaira. Auch Bass-Set. Hammer-Nice. Dann haben wir einmal Zig-Zachs. Ein Mankey. Ein Scampisto. Ein Reverse-Holo Choreo-Gel. Und was haben wir jetzt? Ah, ein Galabarricadax-Holo. So, also absolut gleich würde ich sagen, er steht 3 zu 2 für Astralglanz. Ne? So. Astralglanz hat die Nase ganz knapp vorne. Mhm. Ne? Das Machomai-Alternatives Artwork aus Astralglanz ist die wertvollste Karte im Set. Habe ich gerade geschaut. Hehehe. Schauen wir mal. Also, einmal für euch der Online-Code. Bitteschön. Dann einmal die Kartentrack. Also, wir haben einmal Unlicht. Gefolgt von den Tracking-Schuhen wieder. Dann haben wir einmal das Pokémon Cäsurio. Stahl-Typus. Oh, ein Igel-Lava. Weil jetzt haben wir ja alles gezogen. Igel-Lava, Feu-Riegel. Jetzt komm, jetzt muss der Tornupto kommen, bitte. Sichlor. Auch Bass-Set. Also, Jungle. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder mein Gesicht wegscannen. So, wir haben einen Hisobaldo-Fisch. Dumb-Hear-Plex. Gefolgt von Nancy Purze. Ein Hut-Hut. Reverse-Holo-Sala-Magnis. Hisui. Und. Nein. Ein Hisui-Sneebos. Auch nice. Gibt es, glaube ich, auch Vista in dem Set. So, schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal, was Fusion machen kann. So, Fusion. Ah, das reißen wir jetzt auf. So. Gott, hier so viele Booster am Start. So, schauen wir mal. Also, für euch der Online-Code. Angenommen, mitgenommen. Wünsche euch ganz, ganz viel Glück und Spaß im Online-TCG von Pokémon. So, wir haben einmal die Stein-Energie. Gefolgt von der Abschiedsglocke. Da haben wir wieder Schlappohr. Da haben wir... Oh, Hariyama. Nice. Dieses Pokémon erinnert mich übrigens an das Pokémon-Spiel. Ähm. Ich weiß es jetzt nicht. Wie war denn der Name noch? Mit diesem schwarzen Lugia drauf. Ähm. Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Irgendwie sowas. Damals für Nintendo Gamecube. Da gab es ja auch Hariyama. War überkrass, das Pokémon. Hat alles weggeklatscht. Rechts und links. Dann haben wir einmal Galakorasson. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Nintendo Gamecube noch kennt. Ob ich das so sage. Also, das war ja doch... Pokémon dunkle Sturm zieht auf. Irgendwie sowas. Oder dunkler Sturm. Da war so ein schwarzes Lugia drauf. Richtig nice. Dann haben wir einmal Vulpix. Wieder Shanaira. Mein Gott, der Booster kommt mir irgendwie bekannt vor Galar-Six-Sax. Oh, Reverse Austoss. Austoss auch richtig geil. Finde ich ein bisschen schade, dass im Base-Set damals Austoss keine Holo-Form hatte. Weil Austoss auch eigentlich ein richtig starkes Pokémon ist. Super tanky. Also ein richtiger physischer Tank. Und dann schauen wir mal, was ziehen wir... Oh, diesmal hat, glaube ich, Fusion die Nase vorn. Wir ziehen Lucario Holo. Lucario Holo. Hört, schaut, schaut. So. Schieben wir das alles mal ein bisschen nach oben. Wir haben jetzt fünf Booster aufgemacht. Es steht Gleichstand, würde ich mal sagen. Jetzt der letzte Booster hier für dieses Video. Ich würde nämlich aus den Boostern zwei Videos draus machen. Ähm, also sechs machen wir diesem auf. Sechs im nächsten. Und zum Schluss gucken wir mal, wer die meisten Hits hat. Ah, wir haben vier aufgemacht. Stimmt, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Danke. Oh Gott, so viele Hits, ey. Boah. Da sind ja Pokéhoms ganz schwindelig. Ist aber auch brutal warm bei mir. So, schaut mal. Der Online-Code für euch. Bitteschön. Natürlich machen wir jetzt noch zwei Booster auf. Ist ja klar. So, wir legen wieder los mit Unlicht. Heute haben wir es aber mit Unlicht. Hier Unlicht, da Unlicht. Überall Unlicht. Was soll denn das? Aber noch kein Unlicht-Pokémon gezogen. Darkrai, wo bist du? So, jetzt gucken wir mal. Also, Tauschwagon. Enteron. Oh, hammergeil. Enteron, auch einer meiner Lieblings-Baseset-Pokémon. Wir haben einen Cognodon. Wieder Feu-Riegel. Wo ist Tornupto? Ein Hippopotas taucht auf. Ein Kleptifuchs klaut eine Bäre. Ein Lilliminip. Lilliminip, wieder ein Hesubaldo-Fisch. Oh, als hätten die es gewusst, Alter. Reverse, Holo, Enteron. Richtig nice. Wäre mal auch witzig, sowas zum Grading zu schicken. So, schauen wir mal. Und, warte. Ramaydon. Holo. Sehr schön. Schau mal, nice. So. So. Schauen wir mal. Einmal für euch der Online-Code. Heute gibt es auch Online-Codes on-mass. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, wie immer. Pokéhomes bringt auch Glück. So, wir legen los mit der Stein-Energie. Gefolgt von der Pokémon-Trainer-Karte Camillas Glanz. Da haben wir immer ein Castour. Nochmal der Skate-Park. Ein süßes Karnimali. Das spielt im Wasser richtig nice in so einem Fluss. Und da wäre ich jetzt auch gern hammerheiß hier. So, wir haben ein Haspiror. Die Vorentwicklung von Schlappohr. Da haben wir Kloptopus. Ein Zabladin. Ein Zorua. Ein Reverse-Holo-Barschuft. Und was die letzte Karte. Ich glaube, aber ich habe schon gesehen. Ist wieder V. Ist eine V. Ja, ist eine V. Inteleon V. Nice. Okay, also diese Runde geht an Fusion. Jetzt gehen wir aber auf zum letzten Booster. So, ich schiebe das mal alles schön zusammen. Letzter Booster auf der Seite von Astral Glanz. Gucken wir mal. So. Und dann fasse ich am Ende des Videos nochmal für euch kurz zusammen. Einmal der Online-Code. Bitteschön. Ich wünsche ganz, ganz viel Glück. Schreibt auch bitte in die Kommentare, ob ihr die Video-Qualität diesmal jetzt in dem Video besser fandet. Oder ob ihr sagt, nee, das damals, vorher, war deutlich besser. Weil ich jetzt ja mit diesem Pro-Modus aufnehme. Der hat so, die Belichtung ist jetzt komplett automatisch und nicht irgendwie fest eingestellt. So, wir haben jetzt einmal Feuer. Komm jetzt, wir brauchen Tornupto, ey. Donboku. Hier ist die Mirai-Dor. Da haben wir Energie-Lotterie. Das süße kleine Bautz. Start an Pokémon. Oh, ein Ponita mit einem wundervollen Artwork. Gebt euch dieses Artwork. Ja, Kamera stellt scharf. Ne. Hammer nice. So. Wundervolles Art-Ponita. Ein Gero-Niematz. Ein Visivoltobal wieder. Ein Visivulcano. Jetzt gucke ich mal manchmal vorsichtig. Wir haben ein Reverse-Holo-Gaunox. Das klaut, glaube ich, fast die gleiche Beere wie das Klebtifuchs, nur in einem ganzen Strang. Schaut mal hier. So. Hammer nice. So. Und die letzte Karte ist ein Knackrack-V auf der Seite von Astral-Glanz. Knackrack-V. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken bei Fusion. So. Mal aufschneiden. So. Was haben wir denn hier bei Fusion? So. Schauen wir mal. Einmal der Online-Code für euch. Bitteschön. Ich hoffe, ihr habt auch hier weiterhin Spaß mit dem Video. Es neigt sich ja langsam dem Ende zu. Wir haben wieder Unlicht. Immer Unlicht jetzt. Hä? Was ist denn da los? Müssen wir mal ein Review wieder anschauen. Wie oft haben wir hier Unlicht bitte? Darkrai. Darkrai. Das hätte mal hier auftauchen sollen. Ja. Wie ist da? Darkrai. Rainbow. Wo bist du, mein Freund? Da haben wir Tirag-Rock. Mit einem hässlichen Artwork. Einmal die Pokémon-Trainer-Karte Kamilas Glanz. Ein Sumnium. Da haben wir Mautzi. Auch Base-Set. Ich fand ja die Weiterentwicklung Snobili-Kart. Die saß ja immer bei dem Boss auf dem Schoß. Fand ich ein bisschen schade, dass es irgendwie gar keine vielen Holo-Karten davon gibt. Also manche Pokémon in dem TCG werden nicht so thematisiert wie andere. Zum Beispiel Glurak hat überall Invents in dem Set. Es ist immer wieder Holo, Reverse-Holo, Full Art, Alternatives. Da wird alles durchgeklatscht. Ja. Und jetzt kommt ja das neue Set raus. Pokémon Go. Ähm. Kriegt ja jetzt eine, hier in physischer Form, ein Sammelset. Finde ich jetzt nicht so toll. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ob ich da auch was kaufe. Mal schauen. Aber gucken wir einfach mal. Wir haben einen Merel. Ganz süß. Dann haben wir einen Iguana. Ein süßes kleines Volli. Beim Sternenschauer Nachts. Wundervolles Artwork. Bei Volli kann man auch nichts falsch machen. Dann haben wir einmal die Reverse-Holo-Karte. Trainerkarte Kamilas Glanz. Und die letzte für Fusion. Ein Lepo Mentas, nicht Holo. Ja. Dann fassen wir noch einmal zusammen. Die beiden Stapel. So. Und dann gucken wir mal, wo sind die Hits und wer hat das Rennen gemacht. So. Also. Jetzt mal von hinten würde ich sagen, auf jeden Fall. Knackrack, Gaunux schlägt Lepo Mentas, nicht Holo und Kamilas Glanz. Also 1 zu 0 für Astral Glanz. Dann haben wir einmal Inteleon V, Barshoft Reverse-Holo, Rameidon-Holo gegen Ente und Reverse-Holo würde ich sagen. Auf jeden Fall gewinnt hier Fusion wegen der V-Karte. Das heißt 1 zu 1. So. Machen wir es so rum. Das ist besser. So. Dann haben wir einmal Lucario V, Reverse-Holo Austaus gegen Huizui Snee Boss und Reverse-Holo Salamagnis. Da würde ich auch sagen, gewinnt Fusion wegen der V-Karte. Das heißt 2 zu 1 für Fusion. So. Dann haben wir hier absolut das gleiche. Zwei Holo-Karten, zweimal Keifel. Das heißt 0 zu 0. Es steht immer noch. Moment. Ah, jetzt habe ich mich selber verzettelt. Okay. Hallo. Hier ist wieder der Poco-Homes. Ja, kleiner Schnitt. Musste mich nur mal kurz sammeln. Ist brutal warm. So. Also, wir machen das so. Die Runde, die gewonnen hat, die Serie, die kriegt auch einen Punkt. Ja. Also, erste Runde geht ganz klar an Astral Glanz. Das heißt 1 zu 0 für Astral Glanz. So. Hier ist unentschieden, kriegt keiner einen Punkt. Ja. So. Da ist es so. Hier ist auch wieder unentschieden, kriegt auch keiner einen Punkt. Ja. So. Hier gewinnt Astral Glanz. Das ist ganz klar. Das heißt 2 zu 0. So. Dann haben wir einmal hier gewinnt Fusion. Das heißt 2 zu 1. Und hier gewinnt auch wieder Fusion. Das heißt 2 zu 2. Ein unentschieden. Ja. Es gibt in der ersten Runde, im ersten Video, keinen Sieger. Ja. Es steht 2 zu 2. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend oder einen guten Tag. Macht's gut. Euer Pokehomes. Ciao.